Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Erstmal schön, dass ihr es wieder eingeschaltet habt. Heute mit dabei Sascha verrückte Touren und wir schauen uns heute einen alten verlassenen Bauernhof an. Der Sascha, der war schon mal dort. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich bin mega gespannt. Ihr seid es mit Sicherheit auch. Der Sascha wollte noch mal was loswerden. Ja, schön Sascha. Ja, ich wollte noch mal was loswerden zu der Community von Thomas und ich muss eins lassen. Also ich habe den Thomas jetzt vor anderthalb Jahren kennengelernt und ich habe den wirklich so mein tiefes Herzchen eingeschlossen. Ein ganz, ganz lieber Kerl, ein herzlicher Kerl, muss man wirklich lassen und egal, was andere Leute sagen, er ist wirklich ein top, top Kerl und wie wie gesagt, ich kenne ihn, ja. Und wir werden auf jeden Fall noch ein paar schöne Videos im Sommer noch drehen. Ich habe so viel vor, mit Videos zu drehen, mit Kajak, mit dem Boot. Ich habe noch so ein Außenborder, da habe ich vor, mit ihm wirklich tolle Videos noch zu drehen. Da freue ich mich auf jeden Fall noch auf, ne Tom? Ja, das machen wir auch im Sommer. Ja, wie gesagt, ich wollte nur sagen, dass ich also ganz, ganz voll finde, dass ich den Tom kennengelernt habe. Und wie gesagt, es kommt auch weitere Videos. Das zu einem kleinen Statement zu deinem, zu deiner Community. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, mein Wetter. Ja. Und Leute, wenn ihr möchtet, schaltet mal bei mir in meinem Kanal rein, rascher Protektoren, da wird der Tom natürlich oben irgendwie einblenden. Lass ihm gerne einen Daumen hoch da, abonnieren nicht vergessen. Genau, mich abonnieren und ein Like da lassen, wo ich mich sehr darüber freue. Wie gesagt, Leute, ich habe so viele verschiedene Videos, man kann halt nicht jeden Geschmack treffen, aber ich habe von Wanda-Videos, Full Lost Place-Videos, Boot-Videos, Koch-Videos und... Und jeden etwas. Jede Menge. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, wir fahren jetzt weiter und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir mal angekommen sind. Hier Leute, ich habe natürlich zu sagen, dass ich froh bin, dass ich mit dem Thomas hier bin, und ja, wir schauen uns erst mal dieses tolle Schrottplatz an und wie gesagt, schaltet auf jeden Fall ein, schaltet nicht aus, bleibt dabei, los geht's. So, der Sascha war schon mal hier. Ja. Das Video habe ich, glaube, so lange online schon ein Jahr lang. Ja. Da könnt ihr auf jeden Fall mal drauf schauen. Und ja... Verlinke ich euch natürlich. Genau. Und der Bauer? Der Bauer? Ja. Leute, Leute, ich kann mich noch erinnern, wo ich vor drei, vier Jahren, wo ich hier war und habe hier Ersatzteile gekauft für mein Toyota, das weiß ich noch. Jo. Da bin ich nämlich hier in ein Büro reingegangen. Hammer. Ja. Ja, ganz schön schmatschig hier. Ja, hier waren die Einfahrten. Ja. Ja. Da ist eine Tür. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ey, sieht ja nicht toll aus. Wahnsinn, ey. Kinder spielt zu euch. Kinder spielt zu euch, ja. Schade, dass du was, ne? Guck mal hier, Ersatzteile lagern. Ja? Ja? Ja. Wahnsinn, ne? Boah. Ist schon Wahnsinn, ey. Toll. Ja, ja, ja. Aber riesengroß hier oben. Ja, muss ja, ne? Geht direkt da hinten weiter. Da hinten. Schau mal noch mal kurz. Wahnsinn. 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 Ich lauf hier in gebückter Hals. Ja, hier könntest du auch schön ein Outdoor-Kochen machen, ne? Ja. Ja, nicht schlecht. Wahnsinn. Ja, ganz schön groß, ne? Jetzt kommen wir auf der anderen Seite raus. Mal schauen, wir schauen mal, wo wir rauskommen. Hier ist jetzt auch ein altes Büro. Ach, das ist geil. Oh mein Gott. Oha. Ui, 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 ui. Boah, das sieht aber richtig schlimm aus. Ja, das war der Empfangs, der Verkaufsraum, ne? Ja, so schlimm sah das natürlich nicht aus, wo ich Sachen gekauft hatte. Ich weiß ganz genau, ich bin von hier reingekommen. Ja. Und hab ich hier auch meine Sachen abgeholt. Hier so anders auch. Ja, ja, deine Bestellung und alles. Lichtmaschine hab ich hier noch gekauft. Das weiß ich noch. Boah, Wahnsinn. Das ist ja jetzt. Ach so. Ja. Aber alles kaputt gemacht. Guck mal, die haben wirklich alles rausgerissen. Schlimm. Ich vermute mal Kabel. Also ich bin sehr, sehr erschrocken, wie es jetzt hier aussieht. Wirklich, wo ich jetzt echt hingehe. Äh, ja, traurig. Hacke nur. Eine traurige, ja, Angelegenheit. Geht's da hinten noch irgendwo weiter? Ne, da ist der Ausgang, ne? Ja, ja, ja. Da ist eine Tür. Da ist alles riesengroß. Da geht's überall weiter, ne? Da geht's überall weiter, ne? Da geht's überall weiter, ne? Ach das. Nochmal ein Lager. Ach du. Guck mal mit Seilzug da oben. Ey. Was, was ich gerne mal sehen möchte? Hier sind diese Hallen, wo die Ludo ist. Aber schaut mal selbst. Gibt's noch verschiedene Nummern drauf? Äh, die Bestellnummern, ja. Aber es geht nicht nur nach, ähm, nach Autoteilen, ne? Immer drauf, ne? Hat der einen neuen Teil oder Gebrauch gehabt? Äh, er hat alles gebraucht. Gebraucht, ne? Ja. Ja, der hat ja wirklich alles gebraucht gehabt. Ja. Aber der war echt gut gewesen, ne? Guck mal oben. Ist so stark, ne? Ja. So. So, ich hab Ihren Ersatzteil hier, für Sie. Oh, sehr gut. Das haben Sie ja bestellt. Ja, das ist, äh... Ist das das, was Sie gesucht hatten? Ja, das ist ein Anlasser für, äh, den Opel Corsa, hm? Ja, die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Was kostet der denn? Der kostet, äh, 35 Euro. Oh, ich sag mal, so für 20 stimme ich mit. Wir sind jetzt schon beim Mazar und nicht beim Schallplatz. Mach mal, mach mal 30 Euro, ist das Ihr Teil. Okay, alles klar, gekauft. Gut, wir gehen runter zur Kasse. Okay. Und, ne? Ich mach damit. Mit zwei Jahren Garantie. Zwei Jahre Gewährleistung. Auf jeden Fall. Tschüss. Geil. Also hier muss man sich gar nicht auf dem Kopf machen, ne? Sag mal ehrlich, hier muss man sich gar nicht auf dem Kopf machen, ne? Das ist interessant. Können wir mal runter? Aber das Gebäck wird hier drin, ne? Aber hier ist voll kalt drin, ey. Ja. Hier geht's wahrscheinlich nach draußen. Ja, das gehen wir hier wieder zurück, ne? Dann kommt man nirgendwo raus. Ja, ja. Hallo. 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 Sind auch am Film hier? Ja. Sind auch am Film? Ja. Sind auch am Film? Ja. Ja. Macht ihr auch noch was vielleicht? Ja. Ja, natürlich. Ja. Ich hab keine Ahnung, ne? Mittlerweile findet man's haupt nur wenig Taschen. Ah, ey. Letztes Mal so viel. Und ich weiß auch, wo ich hier eingekauft hatte, ne? Fühlt man alles aus. Da war ich schon ein bisschen rein, hab ich schon bestellt. Ja. Seid ihr das Auto nach vorne? Ja. Ja. Und ihr seid vier der Einsatz. Ja, genau. Wo ist denn der Sascha hin? Da. Wo ist der Sascha? So, jetzt sind wir hier auf dem Park. Ja. Aber das ist auch ziemlich frisch aus, ne? Ja, das sieht sehr frisch aus. Das ist hier im Betrieb. Ja. Das ist hier im Betrieb. Das ist hier im Betrieb. Ja, das ist ein Betrieb hier. Das hier zum Grünflächen entfernt, ne? Was ist denn da? Guck mal, die Schaufel. Was, was? Guck mal, die Schaufel hier. Ach du Scheiße, warst du das? Ey, dann müssen wir da wieder durchlaufen, ne? Ja. Dann müssen wir da wieder durchlaufen oder können wir irgendwo anders? Komm mal her. Leute, schaut mal hier. Eine fliegende Schaufel. Sieht das nicht toll aus? Ich muss erst dreimal schauen. Ja, das ist eine Schaufel. Da hat einer richtig Wut gehabt und hat die hier so reingeschlagen. Aber die steckt schon lange. Die steckt schon lange, da siehst du. Ja, die steckt schon lange. Wir haben jetzt noch das Wohnhaus, ne? Ja. Gehen wir wieder durch das Glas? Ja. Ja. Jetzt gehen wir nochmal vor durch das Glas. So. Da muss man aufpassen, ne? Ja, da muss man aufpassen. Mhm. Die haben hier alles kaputt gemacht. Hammer. Aber kannst du mal sehen, ne? Die Tür ist zu. Also. Oh, hier musst du aufpassen, dass das nicht wegrutscht. So, ich hab's geschafft. So. Ja, dein Jumi hat was gebracht. Soll ich mal sagen, oder? Ja. Ich muss mal wieder zurück. Aber schon interessant. Ich nenn das immer Abenteuer. Ja. Hier durch. So. So, auch noch eine kleine Halle. Ja, guck mal noch mal. Nur einmal hier sind's. So. 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 Jetzt geht alles in der Stürme. So. Das ist hier so abgelegen. Dann ist die City oder keiner. Ja. Hier Hundesklinger. Da war ich überall Hundesklinge. Hier haben wir auch Teile drauf stehen gehabt. Ja. Ja. Ja, das können wir an einem Haus rein. Ja, da bin ich das reingesettet in dem Haus. Aha. Die Rückseite ist ein normaler Eingang. Ja. So. Dann rein. Oder kannst du da schon rein? Man freut es jetzt nicht. Ach hier bist du schon im Haus hier. Aber hier das gleiche Bild. Und überall hat das Feuer in der Stange. Ach hier ist nichts mehr übrig. Die haben jetzt die Tiesen rausgenommen hier. Hammer, ne? Das heißt nichts mehr, ne? Die haben alles. Geh mal die Treppe hoch. Ja, ich habe sie alle rausgenommen hier. Ja. Aber... Das Auto steht noch von dem Badezimmer. Das ist noch okay. Hier geht es auch durch. Zwischenraum. Hm. Riesenräume, ne? Ja. Die haben auch angekkocht, ne? Ja. Die haben auch angekkocht. Dachstuhl! So Freunde, wir gehen mal gerade aus. Wir sind jetzt komplett durch und haben auf jeden Fall sehr nette Leute gerade kennengelernt. Und ja, ja, gar nicht mal so schlecht. Wir machen jetzt einen Abflug und ja, schaut mal beim Sascha auf dem Kanal vorbei, der liebe Junge. Ich würde mich sehr drüber freuen. Der macht super klasse Videos. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Tschö. Haut rein. Immer wieder ein. Wenn es heißt Lost Adventure Tom. Tschö. 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 Tschö.